jetzt auch ein wunderschönen guten morgen aus hamburg es ist 8 uhr 30 26 der märz mein name ist carlos martins und sie hören uns live aus den traders club trading und wir bereiten uns auf unserem morgendlichen dax trade vor 14.700 ist die erste big number und die wir voller brust haben mit einem mini gap und die werden wir letztendlich auch platzieren 14.700 hier auf dem rechten chart eine kauf oder eine verkaufsordnung wie immer jeden morgen schauen wir uns in der vergangenheit an was für blue boxen es gestern auf dem markt gab ganz spät abends eine 13er der 21er die wir traden können 38er ist zu groß aber hier in der 22 er die hat besser im umweg gemacht 12 und im dritten dann sauber durchgebrochen 34 das war es also von den blue boxen gestern also auch gute dabei gewesen und wir sehen auch hier dax kommt in richtung big number wir gehen jetzt mal auf die linke seite linke seite sind die vola boxen ich gehe da mal auf den fünf minuten chart und ja da haben wir gestern den hedge aufgelöst sehr entspannt 12 haben bisschen mehr mitgenommen der kurs ist noch mal zu big number gegangen dann haben wir hier eine schöne vola box gehabt dann einmal runter die klavierleiter denn einmal rauf und ja auch hier gab es gestern schön schöne moves nachmittag wir hatten gestern 274 punkte wieder vola 274 punkte die trading range da hat also jetzt gestern jemand mal schön gekurbelt und wer gestern viele boxen getradet hat sich der hat bestimmt auch viele in den gewinn gebracht trotzdem die frage jeden morgen ist jemand im club hier in den hedge kann ich jemand helfen hans joachim guten morgen und wir sind im zweiten trade wir drücken auf angepasst so die hedgeauflösung wir haben hier bei 14.000 wir sehen es dort bei 10 zu 95 aber wir werden diesen trade jetzt hier nicht nehmen weil wir dann doppelt das risiko haben und wir sind jetzt schnell im dritten trade an einem freitag janet gerne gerne wir machen eigentlich nach drei monaten vier monaten fragen wir auch eigentlich die gruppe leiden wie immer wieder ein janet zu einem webinar wo wir so wir sind im dritten trade gestrichelte linie ist unser gewinn ziel also es läuft es ist 9 uhr 2 geschlossen so gestrichelte linie geschlossen sie 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 so jetzt läuft der trade in unsere richtung 1 2 obwohl er box sie auch also auch hier alle den hedge auflösung straight mit der vola box gemacht haben wir sind jetzt bei 20 punkte der hedge auflösung straight ist wieder in den gewinn gelaufen wer also diese technik nutzt punkt 9 uhr und 0 3 0 4 0 5 und ausstieg ausstieg in richtung 50 auch das ist klar auch formuliert dass wir das als zielmarkt haben in richtung 50 das war der eröffnung straight für auch die youtube live wünsche den youtube dann ein schönes wochenende wenn die lust hat montag dann wieder im live trading raum und wir machen hier im live trading raum auch weiter euch ein schönes wochenende in 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 Vielen Dank.